Das ist die abenteuerliche Geschichte von Ritter Lanze, Prinzessin Herzelinde und von mir. Ach du Türkei von mir! Ritter Erdal. Du bist kein Ritter. Eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreisenden Herzelinde. Lanze! Der schwarze Ritter hat sie geholt. Bring mir meine Tochter zurück. Ich könnte da zufällig helfen. Wie heißt du denn, mein Süßer? Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem ausländisch aussehenden jungen Mann. Ah, so einer bist du. Am Anfang hatten wir noch ein paar kleine Probleme. Du hast überhaupt keine Ahnung, wo sich der schwarze Ritter aufhält. Habe ich recht? Ich schwöre auf die Jungfrau Maria. Ha! Ihr Türken seid 99% Muslime! Klugscheiße. Aber mit der Zeit wurden wir ein super eingespieltes Team. Erdal mit Schwert! Ihr würdet fürchterlich gefoltert werden. Könnte es dann sein, dass ich auch gefoltert werde? Nein. Ihr seid dann schon tot. War ein Witz. Wo willst du damit hin? Ich geh mir mein Schwert schärfen. Hä? Den Dolch-Pulli rennen. Du willst dir die Lanze schmirkeln? Aber doch nicht auf das Bild von Prinzessin Herzelinde. Platze ich eben. Mein Lanze. Er stellt sich schon manchmal ein bisschen ungeschickt an. Wir haben gerade erfahren, dass Lanze noch Jungfrau ist. Danke, Ada. Ich wusste nicht, dass du damit ein Problem hast. Ich zeige es dir mal, okay? Prinzessin Herzelinde! Hallo! Ich liebe euch. Oh Lanze, ich liebe euch auch. Und jetzt besorge es mir hier auf dem Kerkerboden hart und dreckig. War nur ein Spass. Autsch! Eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreisenden Herzelinde. Die neue Komödie von Til Schweiger. Germany! Bist du der schwarze Ritter? Ich bin nur der Roberto.